Soooo Ja komm Und einmal Chronostasis Dankeschön Ich muss ja nur noch sehen was da vor mir ist Achso, ein kleiner Poost Oh Ich weiß das eigentlich auch gar nicht wenig von Super-Spiele Boah, ich will echt keinen Bock hab jetzt mit Erschlag in dem ähh Dings So'n Chaos werden Oh Ah, das war jetzt nicht so nett Der lässt sich auch nicht so gut schieben Aber das war ganz schön ticket curtain für Den 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 der Dass wir schon dass das der Oh mein Gott, das war's. Sehnsam irgendwo hier... Ja, siehst du nicht. Ich meine, es ist ja nicht so hoch, ich hätte gewinnen. Du musst weg, du musst weg. Die Zeit kann nicht zuhören. Die Zeit. Lass mit alles, was du hast. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Ich versuche zu keep auf. Aber das war ein bisschen... nicht so rot War zwei Krassflüge essen von der Leine gehabt und der Weise viel zu viel Oh, wie ersteht Magie Das sollte jetzt so eigentlich nicht laufen Das war aber nicht da Was ist jetzt ... Weil hier noch was, was auch ich nicht richtig Und was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Was ist dann hier? Senf Uhr ist es, gegen die Waffe zu werden Jetzt auch wieder ist, gegen die Waffe zu werden Waffe zu werden, gegen die Waffe zu werden Die Waffe ist es, die Waffe zu werden Hier! Na da! Oh, meine Güte! Noch eins! Man merkt echt, dass ich jetzt mittlerweile umfassig dreht werde. Oh, die ist schon wieder so spinn. Ich sollte echt mal zu urbanere Zeiten aufwenden. Ja, ja, ja. Hast du toll gemacht, Lightning. Ich sie brüchte. In welche Richtung muss ich eigentlich? Na, ich muss da eigentlich in die andere. Na komm, aber ich nehm mich mit. Ich tolle. Oder auch nicht. Ja, sie springt nicht hoch dabei. Das ist echt schade. Ja, sie springt nicht hoch dabei. Das ist echt schade. Ja. So, was macht ihr die Karte jetzt nochmal? Eigentlich in die andere Richtung. Oh, ne. An dir laufe ich jetzt vorbei. Ob ich habe ich jetzt keine Lust. Ohohoho! Ah, das spiele ich mir gerade sagen. Du kannst nicht von mir davon in uns Leibling. Ich denke auch, dass ich, äh, als wären wir gestern angekommene Basis von heute. Ja, das ist echt cool. Ichücke noch einen Gefallen. Ja, der wird nicht in den Dr. Kassier. Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das war schon besser. Hat zwar ein bisschen zu Ruhe. Äh, Zeit ist... Ja, das war schon. Das war's für heute. 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 Nee! Nee! Nein! Geh weg! Scheiß Chaosmonster! Alter, wie hartnäckig der ist, ne? Der will einfach nicht weg, oder? Gibt's diese Chaosmonster alle so anhänglich? Krass! Der ist ja schon wieder! Ne, 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 ne! Ich hab jetzt die Nase voll von euch! Okay, und jetzt ist hier auch noch ein Chaosherd! Ich bin mit allem anderen zu fliegen! Ja, du bist in Ordnung, aber ja! Ich bin mit dem Chaosherd! Der ist irgendwie so dunkel! Ich bin mit dem Chaosherd! Ich bin mit dem Chaosherd! Der Arm ist wohl schon ein bisschen leid. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn er lieber schraubt. Der Nacht im Einmal. Obwohl doch keiner... Oh, Feuerschlagstufe 3, das ist auch schön. Oh. Ehmelig Seelen da? Ah ok, du darfst. Das ist das Alter, ehrlich? Ich springe aber auch nicht, oder? Ich springe aber auch nicht, oder? Jetzt springe ich doch. Äh, ne. Aber hier ist doch so ein Seelen da. Geh weg. Der ist zu dick für die Barikade. Ja, komm woher. Ne, irgendwie kriegst du das Wasser. Geh weg. Ne, der will nicht mit einmal. Geh weg. Hm, komm schon mal. Ja. Das hast du gut gemacht, Leidding. Also, wow. Ja. Man kann sich aber auch nicht zum springen bewegen, ne. Durch Urmdruck oder so. Ne, ist nicht drin. Das muss ich schon selber blicken. Also mit Eisklapp ist eigentlich besser. Ja, genau. Äh, die Richtung. Ja. Aber ohne den Dicken hier. Ganz bestimmt ohne den Dicken hier. Und ich hab keinen Attack Speed mehr. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ja, komm. Manja. Es gibt echt schöne Dinge, als wenn man sich selbst wieder heilen könnte, mit doppeltem, dreifachem Leben... ...Kippie da, also ganz im Ernst. Ja, komm, du auch noch. Ich find's halt schön, dass wir mit Trommel wieder runter sind von dieser Straße. Vielleicht nur ein bisschen ein Monster so ausgerottet wird, aber irgendwie hab ich kein Glück. Ich weiß nicht, dass es halt toll ist oder so. Wir haben jetzt eigentlich ziemlich viele... ...flatscht. Wir brauchen acht Stück für die Mission. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Mundschuppen ich hab. Wobei, gehen die eigentlich immer mit den Schuppen? Das weiß ich grad gar nicht so. Einmal... nicht EP-Fähigkeiten. Obwohl, wir könnten mal wieder Chronostasis verwenden. Ich vergesse das hier irgendwie. Und dann einmal ins Inventarkrom. Bei... äh... Hier, irgendwo. Obwohl, die geben Lindwurmschuppen. Genau. Obwohl, Lindwurmschuppen 12 und... ...ja, wir... ...bewegen uns auf jeden Fall auf den letzten 10, würde ich vermuten. Oh, okay, du Ficke. Ich hab keinen Bock auf dich. Wie viele Schuppenfresser haben wir? Ah, so, ne. Sich selbst motivieren. Bzw. demotivieren. Ähm... Die Wüstenrose haben wir auch 12. Ja, da sind wir auch bei den letzten 10 ungefähr. Da ist doch motivierend. Ja, ich glaub, die wollen echt im Wechsel kommen. Määäh, kein Bock an. Ich hab auch Chaos nicht. Diekscha! Okay, du kannst herkommen. Ah, hab ich dich gekücht. Aber dann mach ich auch aus. Ja, das ist doch nicht so. Ja, das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, ist er der Mensch dann? So, macht der gar nichts? Nee, macht gar nichts. War so ne Richter. So. Dann würd ich mal sagen... Da ist das Tor. Da sprinte ich jetzt noch hin, egal was hinter mir ist. Ich glaube, es war so ein Zeitpunkt für den... Ja, ich hab jetzt auch keine Lust auf dich. Obwohl du eigentlich Spaß machst. Hier sind wir in Justnan. So, offiziell. Ich speicher jetzt. Äh... Auf dem Speicherstand, würd ich sagen. Oh. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn's heißt, Lightning with Hurls. Bis dahin. Tschü tschü tschü.